Hallo zusammen! Heute möchten wir über eine Frau sprechen. Sie heißt Agnès Kahn. Agnès Kahn wurde am 25.03.1868 in der Lüneburger Heide geborgen. Sie ist am 02.02.1927 in Berlin verstorben. Zunächst interessierte sie sich für den Beruf der Lehrerin. Wegen der Beste sind ihre Schwester und ihr Bruder verstorben. Deshalb begann sie am 26.08.1887 eine Ausbildung als Krankenpflegerin in Hannover. Dann wurde sie als Krankenschwester an den Göttinger Universitätskliniken tätig. 1903 wurde die Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands sowie der Säulings- und Wohnfahrtspflegerinnen gegründet. Dieser Verband bot Versichterungsschutz und Rechtsberatung an. Sie wurde deren erste Vorsitzende. Heute heißt der Verband Deutscher Berufsverband für Pflegeberüfe. Sie war die Reformerin der Deutschen Krankenpfleger- und Frauenrechtslehrerin. Aufgrund dieser Berufsorganisation hat es Agnes Kahn geschafft, die Arbeitsbedingungen und das Leben der Pflegepersonen zu verbessern. Sie begann für eine unabhängige Pflegeprofession und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Zu dieser Zeit war ihre Meinung, dass die Arbeiter über Fachkenntnisse verfügen sollten. Wobei, dass Wissen die Verantwortlichkeiten bei der Arbeit und die berufliche Tätigkeit ständig aktualisiert werden sollten. Heute ist Pflegefachrat verpflichtet, das Wissen regelmäßig zu aktualisieren, um einen Wissenrückstand zu vermeiden. Die Arbeitgeber müssen Rentenversicherung, Krankenversicherung und Unfallversicherung übernehmen. Das Pflegepersonal muss Selbstständigkeit und Selbstverantwortung bei der Arbeit haben, zum Beispiel Delegation. Das war alles. Vielen Dank.